So, jetzt haben wir ein Skate, 1,92 Meter und der Michel ist gelaufen auf dem Ski. Was ist deine Erfahrung? Vornein hat er mich gebremst, also hat er gefühlt gebremst und hinten, wenn ich mich richtig stark drauf gestellt habe und am leichten Anstieg war, habe ich mich rumgedreht auf der Stelle. Okay, danke.